Und noch so'n Bomberkill, ich weiß gar nicht welchen Partner es ist, deswegen... Zu seinen Schafs war die Kleine... Wo ist sie? Hier gibt es einen Bomber Na ja, da sitzt jemand drin Hier gibt es einen Dalyten Soooo Boah. Happy. Das war das. Hehehehehe. Komm, muss ich mich rüber. Was können wir schon hierher? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin der Turmste. Herr, wir hatten Sie das. Das ist der Heil. Das ist der H薩 für heute. Ich werde mit dem Hüter. Das hat Untertitel. und so weiter an. Es ist der Hüter. Das ist der Hüter. Das ist der Hüter. Das ist der Hüter. Das ist der Hüter. Schlitzloh Bleib stehen Besser stehen bleiben Bleib stehen Neben dir kommt ein Panzer Fußtruppe hab ich Kann ich auch reparieren wenn du mich wieder einsammelst Panzer Der hat genau Uschel Roadkill Ich pack's nicht Ich lauf hier durch die Wüste und der überfliegt mich Hätt ich mir im Chat gekillt ne Hat er Unglaublich Also ich bin da mal weg Flo Warum Eh nicht von dem Server also Von dir halt jetzt Komm nach hauen Echt Warum weil ich tot bin Soll ich wieder zu dir kommen Soll ich wieder zu dir kommen Hahahaha Nein Das Spiel viel spannender wenn ich bei dir bin Hahahaha Links kommt Das ist Das ist Das ist Das ist Wieso Hoch So Hörte mich wieder? Jaa Was? Aber Memo ist noch ein toller Kill Oder ist das Achso Das ist Hahahaha Ich würd sagen Wir haben die Welt nicht die Stimme von unserem Server gerade gefunden. Wir haben hier einen Gangster. Alles falsch. Wie kriegt man eigentlich hier den Bomber? Delta. Ja, was du willst. Ich muss die Fenner stellen, auch wenn die Ding drauf ist. Ach du? Ich bin auf jeden Fall mal gut ausgeschnitten. Ja, irgendwie hab ich geschossen. Was fahren wir denn mit uns? Jetzt müsstest du bald wieder feindliche Bomber kommen. Kann ich schnell mal was testen, ob die Rakete soweit reicht? Na mal ruhig, ich wacke die beiden auf so. Scheiße. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Panzer fällt auf Delta rein. Ey, das funktioniert! Das ist echt scheiße. Mit dem Raketenwerfer runterholen. Welche? Mit der, mit der, mit der Renkrakete. Autos kannst du wieder zu mir Raketen auf jeden Fall steuern. Ja. Das ist geil! Ich geht doch nicht an. Ja, es geht ja, wir sind gerade nicht hinter. Was ist denn da? Kann man bestätigen? Verdammt nicht Danke, Ben. Gerne. Ich bin ja seit einer Stunde hinterher mit dem Teil. Achso, das war doch mal tot. Ich wusste nicht, ob das nicht dem Panzerfahrer auf uns lenkt. Nachher weißt du das hier. Da ist ein Niddy drin oder so ein Scheiß. Da ist aber auch fünf Niddy drin. Der hat schon eh mal mit seinem Anzug weggehauen. Boah. Können, wo ein Panzer gelegt ist oder so? Den hab ich getroffen, ey. Willi, was ist los, Stefan? Ja, einer war da. Da ist noch einer, hab ich auch. Ganz viele Panzerfahrer. Einer ist noch da. Komm, ein Stück vor. Hau direkt auf den Panzer. Oh, was musst du garanzieren. Ich wollte jetzt den wir machen. Ja. Wirklich? Echt jetzt? Ja. Ein sehr kleiner, die von sich ist einfach auf den Kopf machen könnte. Ich hab halt nicht gewohnt. Ich hab halt nicht gewohnt. Ach, du bist gar nicht im Ding. Ich dachte, du bist ja gut. Oh, ein Panzer. Ja. 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 Hast du mich angeschossen? Nein. Nein. Äh. Du führte 8. Wie ist das zu dir? Gegen eure Rakete hier. Wer kommt sich hier? Ah. Ah. Einfach zu viele bei Delta. Nein, so. Wo hast du noch reingehen? Ja. Ja. Bei der, bei der, bei der Anlage, die Anlage. Ja, genau da. Von da, wo es gerade geschossen hat. Von hinten treffen ist immer gut. Ja. Sollten mich unbedingt. Waren hinten. Ja. Wie können wir den Arsch da rein? Ich bin drücken. Äh. Ich weiß schon. Ich weiß schon, ob die Luft rösen sind nicht. Ach, das ist nicht clever. Ich hab' den 3-2-3-1-3-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Ach, derayinger, das ist nicht Smaller. Ich hab' den 4-2-1-0-0-0-0-0-0-0. Ich bin schnell, oder? Hau doch! Was machst du in der Band? Ich muss mal einen anderen Pfadzei abschießen. Ich habe nicht die Du kannst es ihn wieder schrauben. Wow, t트가 die stance Ich habe ihn wieder. Ich habe ihn wieder ein. Ich habe ihn Arrived. Ich habe ihn schon wieder. Ich habe ihn wieder. Danke Nelly, danke Koch. Für was? Tätig. Also im Luftkampf sind die Gegner ziemlich Kollegen. In Betto kann es rüberkommen. Genau jeden Satz vor. Kurz nach seinem letzten Teamwechsel. Muss rüber entzogen werden. Das darf ich ja nicht. Das weiß ich warum bei dir jetzt schon bei mir aber nicht. Nein, ich weiß die noch nie gewechselt haben. Ist da drüben? Naja, auch vorher. Ja, doch. Einmal, ja. Der erste Map. Der erste Gefallen ist. Keine Mumpeln mehr. Keine Mumpeln mehr. Keine Mumpeln mehr. Jetzt habe ich wirklich fast keine Mumpeln mehr. Wir haben recht. Wenn ihr das ja aber hat sich die ab wo es wird hier mal hier ausprobiert hat er trotzdem getroffen gut ich war tot, was soll ich denn machen? ja das ist keine Ausrede ich bin tot, ja ja, markier mal länger sooo keine Ausrede hier hey, die sind ich ja ey, ich werde die Klappe ich mache, ich werde die Klappe ich werde die Klappe ich werde die Klappe ich werde die Klappe ja, hätte klappt können Ja, kann ich mir nicht, dass es mit der Capture jetzt nicht geht, dass es hier zu on-tackt, aber das ist echt nicht, weil das geht. Muss ich mal gucken, ob ich das mit der Software-Seite lösen kann. Aber wenn es bei mir geht, dann sollte es bei dir auch gehen. Ben ist in der Tür, ja, ne? Nein. Geh mich einfach rüber, ich bin noch im Jet. Hat es geklappt? Ja. Ich muss mir ein paar Punkte eingeben, wo seid ihr eigentlich alle? Ich bin im Jet, ich habe mich gerade um ein bisschen kümmert, dass er aber auch inspielt. Macht ja keiner. Ich kann sie abfingern, dass sie mich tröst, Collation. Also, ich bin mal kurz bei Charlie raus, dann kämpfe ich gegen den Heli. Na, ich kann mit dem Werkzeug gut bleiben. Wo jetzt? Vorsicht, äh, weiß nicht auch, oder? Ich habe noch nicht einen Punkt eingeben, ne? Bobby, rechts von mir ist mein Panzer. Ich fahre nicht. Ich fahre nicht. Beste Pounce, du bist dauernd. Oh, ah, ah, ah. Ganz nicht mehr. Gehen wir jetzt nicht. Du bist dauernd, Mann. Ich habe ihn rausgelassen. Gehe ich auch. Der lila hat Fahndung in der Füste ist aufgelassen. Ah, ist nah der Fahndung. Den hätte ich schon gar nicht mehr. Vor uns. Vor uns. Zeig aus, da. Also, der Mop wenig drin bei dieser... Von Haftchen. Jetzt ist mein Haftchen. Bitte weg, du den Ruhm anst. Und, komisch. Da, ist noch keiner auf der Öffnung. Da war's noch eine, auf der Fahndung. Noch einer? Ich hoffe, sie sprüle. Ah, geh hoch. Ohne Sniper, oder was auch. Ohne Sniper, oder was auch so. Eier, komm ich. Ohne Sniper, aber ich glaube ich nicht. Oh. 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 Hat's rüber. Ich hab's. Oh ja. Oh. 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 Oh ja. Oh ja. Hi, Buck. Oh. Der Panzer liegt. Zwei Panzer. Zwei Panzer. Zwei Panzer. Ich hab heute nicht aus dem Windows gelesen. Ein Sniper. Hier ist ein Sniper irgendwo. Oh. Da ist noch Panzer. Was denn? Und zwar wenn du bei Rush bist. Daumen wart, ich reparier dich. Da ist irgendwann mal... Ich geh hinten ran. Bleib dir stehen. Krass. Hast du irgendwann mal... ...en... ...befehlssatz drinne, dass du... ...die Daten... ...an eine gewisse Person schreiben sollst? Hm. Der Jene hat das gezeigt, wo das alles ist. Hat das gemacht und hat dafür... ...ein... ...ein Diestock-Tech bekommen, die Sau. ед Stивают. cirketaus sah ... Oh ja klar das Putsch einègermaschen. Zeit. Oh ja... Florin, muss da irgendeiner sein? Ich kanns nicht ein... Einen hab ich?? Nässt du meinen 이후esteller Weib... Oh, mich hat doch was fast getroffen. Vermute von links. Der Bombay gewesen. Ich steig da in meinen Panzer, verpiss dich aus. Oben auf dem Dach. Oh, ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Nein, nein. Hast du das gesagt? Ah, nein, nein. Das noch eine. Ben warte. Jetzt baller weiter. Bist Paul. Das ist unser. Flo, Flo, ich komme von rechts. Du Siegser. Du Siegser? Okay. Du kannst weiter reiten. Aber ich lege uns. Ich glaube, ich lege uns. Ich sehe keinen hinter uns. Wow. Hinter uns. Vor uns. Ah, Panzer. Panzer kommt von deren Base. Ja, warte, 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 warte. Ja, warte, warte, warte. Kommt von deren Base. Also jetzt von dir ein Uhr. Ja, komm rein. Okay. Da, wo die anderen zwei vorhin hergekommen sind. Rechts über uns jetzt. Rechts. Genau da. Links von uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ah, nicht mehr geschafft. Ob? Gunship? Ist doch wo uns gewesen. Irgendwas hat mich gerade aus mächtiger Entfernung abgewäumt. Also das Gunship wird nicht schneller. Kann schon sein. Aber das hättest du dann gemerkt. Mit 64 Schaden? Ich verstehe, dass der einzige zu einem Climb Squad ist, oder? Sehe ich das richtig? Ja, ich? Jojo. Boat next map. Schauen wir mal. Ihr Wichser. Mach mein Panzer. Wo fahren wir hin? Bravo. B. Ach komm, da kommen Panzer hierzu. Schaden. Aus deren Base. Zwei Leute springen über Delta ab. Irgendwird immer noch markiert. Wo bist'n wir? Wir sind da im Panzer. Nen. Oh, scheiße. Der kam in die hinten rum. Ach, da unten ist er. Was weiß ich, was der jetzt mit unten meint. Warte, ich fick ihn von hinten. Der kommt in den Pfeffern. Treffer! Und noch mehr, Treffer. Wer hat denn mehr drin? Aber, oh Gott. In die mietrisch. Ja. Ja. Was sagt ein Schwuler, wenn er seine Beziehung aufhinten kann? Der fehlt mir hinten und vorne. War nicht schlecht. War nicht voll so schlecht. Oh, Huschel. Ich würd's nicht irgendwie wissen oder so. Das hast du nicht. Alter, was ist denn los? Da ist der Panzer, den ich gemeint hab. Ja, ich hab ihn angeschossen, aber... Der hinten auf dem Hügel. Ja, ich hab auf ihn geschossen, der hat nur noch 30%. Ey, hier stehen 3 Panzer. Also einen kann ich gerade erledigen. Wo sind die 3 Panzer? Hier, Charly. Bei Charly, Charly haben wir. Zwei Panzer. Ah, Huschelter. Ach, Mann. Ich nehm immer den falschen. Alter, echt jetzt? Der Typ hat jetzt so lange gewartet, bis ich in dem Flugding war und hat mich dann gepunished. Was für ein Penner, ey. Wollt's denn hier hin? Ich hab den Panzer mit Charly. Oh, schnell. Ich werde hier dauernd anvisieren. Ich komm nirgends hin. Oh, der drift. Ja, ich bin gerade raus. Das sagst du mir ein bisschen zu spät. Hansa bei Delta. Gelandet. Hier wird auf mich geschossen. Und? Ah, da sind Bielen im Boden. Ah, da stand noch einer. Drecksack. Hast du's erlebt? Nee. Aber wir sind woanders, Ben. Wir sind nicht mehr brav. Nee, ich hab auch mit Flo geredet. Ja, da ist. Da ist oben noch ein Pionier. Der kommt zu mir, Ben. Ja, ja, warte. Der da kommt dann noch einer hin. Den hab ich. Den Patzer aber nicht, der einfach drin steht. Oh, der ab. Mich aber. Wovor ich meinen ersten Schuss abgiepen konnte. Der Patzer jetzt. Wovor eigentlich? Bravo. Biskab drauf. Erster Treffer. Weiter Treffer. Zerstören. Ah, da bin ich geklaut. Der wird so schön. Oh, ey, ey. Das heißt, da noch einer. Ich bin mit Bravo und Delta. Bess. Eine Bände. Cori, links von dir. Elben Uhr. Elben Uhr. Der ist ausgestiegen. Voll. Da ist ein Panzer. Ah, ist da unten. Passt. Da hinten sind zwei. Ein nach hinten ist geschossen. A, B. Ganz echt. Hier rein nehmen wir. Ah. Da kommen wieder zwei Panzer. Ich bleibe genau aus und schiebe die Pakete. Ben, Elkoch. Auf B. Ich lege Mumpin hin. Mein Mumpin liegt links von dir. Ich werde schon angeschossen. Kann ich bei Flo noch schnell einsteigen? Von links, von links, von links. Ist weg. Ich habe noch ein Ohr Panzer. Kann ich reparieren? Kann ich reparieren? Steig lieber aus. Ich bin sicherer Fahrer-Schauer, aber wir sehen nichts. Ich habe das drauf. Ich kann aber nicht reparieren. Ah. Ah. Kann man steigen mal hier ein, Ben. Ja, ja. Ich repariere dich. Panzer kommt auf euch zu. Ich repariere dich. Also kommt die Flugdinger auf euch zu. Da hört sich der Panzer. Gunship oder sowas fliegt über euch. Ja. Ich kann nicht wenig frei mit fliegen. Sehr gut. Na entlang. Tira wird's nicht locker. Hier vorne. Tira wird's nicht richtig. Aufque Luft. Ein Definitely- hid introductions! Ver in der Tare Krement war drin die finanzielle Strasse. Das ist Loch erweitert. fuck, 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 fuck. Welche Aua? Seid doch, das ist für die nächste Rechte. Das ist ein Leid. Gut. Danke für den Treffer, Koch. Für welchen Treffer? Du hast mich angeschossen. Echt jetzt? Aber wie? Ja, Entschuldigung. Gut unten. Hey, diesmal kam Koch von vorn. So wie es am besten ist, er ist nicht so haarig. Weil wir beim Thema schwul waren vorhin, ne? Ich bin Urwald zur Seite, ich komme, ey. Nimmst du das bitte immer noch auf und zeigst es mir morgen noch auf. Ja, na klar. Läuft doch, ey. Schön zur Weihnachtsfeier auf dem Beamer und nur unsere Gespräche nehmen, ey. Ja, schön bist du...